Nachdem Sony nicht mit einer Pressekonferenz auf der E3 und der Gamescom aufgetreten ist, war es nun endlich soweit. Vorgestern, also Donnerstagabend, durften wir live im Stream den PlayStation Showcase erleben. Und was hat Sony denn da bitte veranstaltet? Es wurde einfach mal die Hütte abgefackelt und alle PlayStation-Gamer können sich extrem auf die kommenden Jahre freuen. Da es sehr viel zu sehen gab, muss ich mich in diesen 100 Sekunden Gaming News sehr beeilen und mich auf das Wichtigste fokussieren. Solltet ihr weitere Fragen haben, dann stellt sie gerne in den Kommentaren oder kommt doch einfach in einen meiner Livestreams auf Twitch. Es wird fast täglich gestreamt, aber jetzt geht es los mit den 100 Sekunden Gaming News zum PlayStation Showcase. Zum Start direkt die Bombe. Eines der besten Star Wars Games bekommt für die PlayStation 5 ein Remake, kein Remaster. Knights of the Old Republic kommt, aber wann ist noch unklar? Das Gerücht wurde bestätigt. Ab dem 5. Oktober können wir den ersten Alan Wake Teil als Remaster zum ersten Mal auf der PlayStation zocken. Ein neuer Trailer zu Forspoken war mal wieder atemberaubend und hat außerdem einige neue Charaktere vorgestellt, die von bekannten Hollywood-Schauspielern verkörpert werden. Man kann es gar nicht abwarten, in diese Welt einzutauchen und so lange müssen wir gar nicht warten. Im Frühjahr 2022 soll es bereits kommen. Auch zu Gran Turismo 7 gab es neue Spielszenen und Informationen verpackt in einem beeindruckenden Trailer. Liebhaber der Serie dürften sich freuen. Ein ganz kurzer Teaser stellt ein neues Horror-Game vor. Kid Amnesia verwirrt stark und hat wohl mit dem 21. Jubiläum von Radiohead's Kid Amnesia zu tun. Im November soll es bereits erscheinen. Project Eve wirkt wie ein actionreicher Hentai. Tentacle in jeder Ecke und in der Mitte die Protagonistin. Das Hack-and-Slay-Game, welches stark an Spiele wie Bayonetta und Devil May Cry erinnert, hat noch keinen Release-Termin. Dann gab es noch neue Trailer zu Vampire Blood Hunt, was dieses Jahr noch auf der PS5 released wird. Tiny Tina's Wonderlands, das kommt am 25. März 2022, Ghostwire Tokyo, welches im Frühjahr 2022 erscheint und Marvel's Guardians of the Galaxy, was am 26. Oktober auf den Markt kommt. Aber von Marvel gab es noch einiges mehr. Nicht nur Spider-Man 2 mit Venom als Antagonisten kommt, sondern auch ein neues Wolverine-Game, allerdings noch ohne Release-Zeitraum. Spider-Man 2 kommt 2023. Uncharted 4 und Lost Legacy bekommen Anfang des nächsten Jahres ein PS5-Upgrade und dann gab es noch einen neuen, kleinen, aber sehr hübschen Titel namens Chia. Das Spiel wirkt wie ein spielbarer Disney-Film. Und dann am Schluss noch eine Bombe. God of War Ragnarok bekommt einen ersten richtigen Trailer inklusive Gameplay. Ich sag dazu gar nichts weiter. Schaut ihn euch an, ich hatte drei Minuten lang Gänsehaut. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche mit den 100 Sekunden Gaming News. Wollt ihr dieses Format weiter unterstützen, dann gebt doch gerne ein Like. Diskutiert mit mir über die aktuellen Gaming News in den Kommentaren und gebt das Video gerne auch an Freunde, Bekannte und Familie weiter, die daran Interesse haben könnten. Wollt ihr es komplett übertreiben, könnt ihr mir auf Twitch gerne ein Abo dalassen. Dies geht mit Amazon Prime auch kostenlos. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ihr wisst Bescheid. Immer schön weiterzocken. Bis zum nächsten Video.